Es gibt einen Toten. Ja. Drausel Spuren am Hals. Daran ist aber nicht gestorben. Wer macht sowas Unmenschliches? Unmenschlich? Schlagen Sie die Zeitung auf. Dürken quälen ist typisch menschlich. Willkommen zurück, Inspektor Perk. Der Weltkrieg ist verloren. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist. Wie es einmal war. Die gnädige Frau ist nimmer da. Wir alle haben geglaubt, sie kommen nimmer heim. Alle sind verrikt, sollte sie nimmer heim den Kaiser. Er wurde übel misshandelt, bevor er in Ohnmacht gefallen ist. Ein Kamerad von ihm. Die Hälfte aller Mordopfer sind Kriegsheimkehrer heutzutage. Und zwei Drittel aller Mörder. Wenn jemand den Fall aufklären kann, dann er. Wer nicht getötet oder verkrüppelt wurde in diesem schrecklichen Krieg, ist mit einem schweren Dachschaden zurückgekommen. Er schnitt ihm 19 Glieder ab. Kreiner wurde von 19 Holzpflöcken durchbaut und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass in dem Käfig 19 hatten waren. Er hat wieder zugeschlagen. Den haben Sie auch gekannt? Kreiner, Wernfeld, Richter. Alle tot. Das Komitee? Glauben Sie, der Perk könnte etwas mit der Sache zu tun haben? Kameradschaft, Schützengraben, Romantik. Das kann doch auch die Rückkehr ins Leben sein. Ein neues Leben. Ich trau dem nicht. Sie wissen nicht wirklich, wer Perk ist, oder? Sie sind ihm mit Ihren Untersuchungen zu nah gekommen. Ich bin ein anderer Mensch, als der, der damals in den Krieg gezogen ist.